Yo hei Leute und wir kommen hier zu einem Tutorial und zwar will ich jemandem helfen, Moment und zwar Mikashi89, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, ja vielleicht hilft es auch anderen zu dem Lead Server, da hatte ich auch ein Tutorial gemacht wie man einen Server erstellt für Minecraft Pocket Edition und hier, der hat jetzt oder die, keine Ahnung, wie man Credits kriegt, also erstmal ihr als Owner geht auf die Owner App, wählt erstmal den Account aus, so, so, da ich jetzt kein Geld ausgeben kann mehr, werde ich es leider nicht zeigen, wie genau man das macht, ja. Ja, man muss erstmal ein bisschen warten, bis das Internet klappt, hm, ach ey, komm, 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 ja, 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 bitte, 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 schneller, 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 so, Moment. So, jetzt. Dann ist hier so, bei, äh, also 300 Credits kann man kaufen, für 1,08 Euro und es wird halt immer teurer, aber je mehr Credits kriegt man. Ja, ja, auf jeden Fall, bitte, die Punkt zählt und nicht, deshalb können andere halt spenden, ja, auf jeden Fall, ähm, hm. Äh, was ist das von diesem kurzen Video, ich hoffe, es wird euch weitergeholfen und es reicht ihr, ja, dann, äh, ciao, und bis zum nächsten Mal, das war ich wieder, hier, ja,the orangeều undluft tuck. Ja.